Ja, Leute, tut mir leid, dass der letzte Part so mega schnell ab... ähm, ja, beenden worden ist. Das hatte damit zu tun, dass ich versehentlich auf den falschen Knopf gedrückt habe. Ähm, und deswegen ist er nach der Cutszene, wollte ich eigentlich das Mikrofon nur anmachen, da ist der Part beendet worden. Ich finde aber jetzt nicht, dass es so schlimm ist. Hattet ihr halt mal einen kurzen Part, dafür mache ich den hier jetzt umso länger. Aber es kann ja mal passieren, Leute, okay? Oh, da ist ja einer sauer. So. Besieg den Unvisierten, nimm dich von den giftigen Pfützen in Acht. Piste da irgendwo hin, oder was? Was ist los? Ach, komm, scheiß drauf, SL, machen wir es erstmal so. Bin mal gespannt, wie jetzt die Bestkämpfe hier auf Profis so sind. Ah, ich ziehe schon weniger ab als mit Terra. Wobei, Terra sowieso mit stärker... Hey, aua. Apropos, Aqua und Terra. Ich glaube, die hat auch Heilung drauf, könnte sein. Ja, geil. Genau so wollte ich das jetzt. Jo, läuft doch. Was kann ich da machen? Ah, auch nur Feuersalbe. Okay. Okay. Das ging ja eigentlich jetzt auch ziemlich leicht, oder? Feuerbrunst erlernt. Und Deckgröße gestiegen. Ach, Deckgröße ist immer gut. Dann können wir mehr Angriffe haben. So. Sarah! Excuse me, ma'am. Du hast das geschenkt. Oh, ich danke dir, mein Pett. Ich sage die Wahrheit. Ich wirklich nicht weiß, was ich hätte getan ohne das. Hehehehe. Ich habe nicht gesehen, diese Sorge? Tera hat eine. Du kennst Tera? Oh, ja, ja. Das Ruffian pointed einen von ihnen an mich, fragt mich über einen Xehanort. Mein schlechtes Herz nahe. Das ist nicht so, wie ihn überhaupt. Frau, woher ging Tera? Ich bin sicher, dass ich keine Ahnung habe. Sie müssen alle ein schlechtes Grätschern sein. Was? Nein, ich war einfach... Tera, was hast du getan? Einer hat Vertrauen in Tera. Naja. Wieso auch? Kennt sich zwar schon ewig, aber... Hey, who cares? Wobei, ewig kann man jetzt schlecht einschätzen. Aber schon ein paar Jahre. Oder mindestens ein paar Monate. So. Wer fährt auch gerade ein? Ich glaube, ich bin beim Tera... Bei der Tera-Story nicht einmal in die Mirage-Arena gegangen, oder? Doch, bin ich, um zu gucken, ob der Online-Modus da ist. Und der war ja nicht mehr da. Okay. So ein Scheiß, Mann. Ich hasse diese Anfanganländer. Die sind so kotzen. Wisst ihr? Der erste Kreis behindert. Der zweite Kreis ist okay. Der dritte ist ja nur Peter Panland und von daher ist er Sway. Die sind so kotzen. Was ist all die Fuss? Niemand ist in einer Haus! Niemand hat nie gesehen! Oh, ein neues Freund! Wo ist er? In einer Trattrap! Down die Stairs! Oh, mein Gott! Wo ist er? Huh? Somebody tell me how I got so small! Don't be afraid. Oh! How interesting! I've never seen a mouse like you before. Mouse? Jack, you better explain things to him. Yes, the... Huh? Bow, now, now! Look a little guy, make her easy! Not a worry, Bow! We like you! Flinderelli like you, too! She's a nice, very nice-nice! Come on now! Juggs her! Name me Jack! I'm Ventus! Call me Venn! Suggs her! Venn, Venn! Need a sutter? Ask the Jack! Flinderelli? Oh, well! Time to get to my chores! I'll see you in a little while, then! Wow! I guess she's got her hands full! Just work, work, work! Stepmoney keep a Flinderelli busy all day! She didn't seem to mind much, though! No, not a Flinderelli! She worka hard! Got a dream! Big dream! Dream gonna come true! That sounds like somebody I know. Being a Keyblade Master is all I've dreamed about! Hey! Maybe you can help me find him! His name's Terra! You've seen him? Eh, no, no! Never saw Terra before! Oh, well! It was worth a shot! Come on! Follow me! Gotta see the house! H-Hey! Rout! 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 gefallen, Ventus irgendwie in der Story von Cinderella einzubauen. Aber ist egal. Ich mag das Land so oder so nicht, also von daher kann es mir eigentlich auch total scheißegal sein. So. Heiltrank. Ah, warte mal. Gehen wir mal erstmal zurück. Ah, verdammt, geht nicht. Okay. Ich hasse dieses Land so. Ich hasse das Land übelst, jo. So. Ach stimmt, ich kann das Deck hier vergrößern. Ähm, muss ich auch noch kurz machen. Hallo? Wo ist der Kleine? Warte. Hallo. So. Feuer. Kommandofusion. Kann ich doch eh noch gar keine. So ein Schwachsinn, wieso wird er mit dann neu eingezahlt. So, Cinderella ist zimmer. Was ist das? Das ist ein Palast, der King's Palast. Es wird eine große Ball heute Abend sein. Ist Cinderella zu gehen? Ich weiß nicht. Hallo, ihr zwei. Ihr habt schon wieder Freunde? Oh, das ist wundervoll. Du bist sicher glücklich, Cinderella. Ich gehe heute zur Royal Ball. Ich glaube, die Träume wirklich kommen. Cinderella! My dress will have to wait. Flinderella! Flinderella! All right, all right. I'm coming. Poor Flinderella. She not go to the ball. Why not? You see, they fix her. Work, work, work. She'll never get a dress done. Say, got my D? Invent Hippajack? With what? Fix up Flinderella, dress for the ball. But what do we need to get? Work around the house. Lots of pretty, pretty things. Okay, let's do it. I'll go find whatever we need. Jacques, you get things set up here. Zuck, zuck. Ben, Ben. Herefie, Roussafie. Roussafie? Roussafie, a cat-cat. Meenie, sneaky. Jumper two, fight a two. Got you. Jetzt, die Katze hieß Lucifer. Geil. Brauchen noch weiße Schleife, weiße Spitze und weißen Knopf. Oh, und roussafarbenden Stoff und roussafarbenden Faden. Fünf Sachen. Geil. Mach ich Jack. Jackress. Jackress. Ich hab... Aber die besprechen dann alle Jack aus. Jacks. Egal. Suchen wir mal die Sachen gleich. So. Na, 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 na. So, okay. Mo wird wohl wahrscheinlich das erste sein. Irgendwo hier muss ja auch was gleich sein wahrscheinlich. Jo, Gebungskarte. Bum, bum, bum. Damit hat niemand gerechnet. Guck, ey, wie ich das hasse. Spring doch einfach hoch. Jetzt. Furchtbar. Geht das eigentlich nur mir so? Ups, Alter. Das war nicht so geplant. Du, 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 du. Magierformel, Magierformel. Hm. Du, 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 du. Ups. Betäubungsklinge. Hm. Sonst ist hier, glaube ich, gar nichts. In meiner Ecke wie in Emo, wie in Emo. Wie in Emo. Okay, ich sehe hier gar nichts. Gehen wir weiter. Scheiß drauf. Mauseloch. Okidoki. Hm. Nicht das, was ich haben will. Mhm. Auch nicht. Okay. Ja. Ja. Feier. Komm. Oh. Oh. Ah. 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 Nicht das, was ich erwartet habe. Da sind die ganzen 5 Sachen hier, oder was? Ach ja stimmt, ich muss ja auch noch in einen höheren Stock wegkommen. Okidoki. Bin ich froh, wenn ich mal wieder Level hochkomme. Ey. Fick dich. Feuer. So. Ey. Alter. Das gibt's doch nicht. Das kommt, weil ich keine Heilung ausgerüstet hab. Jetzt kommt. Ok, ich muss da echt aufpassen, dass ich jetzt nicht mehr wegke. Oh, ein Level hochkomme, das ist nicht gekommen. Alter, das gibt's doch nicht. Was für ein Scheiß, ich konnte nicht mal mehr Abwehr drücken. Pissen-Ecke. Hab ich, glaub ich, auch gar keine Heilung zum Ausrüsten, oder? Ne, nur einen Heiltrank. Muss ich mir noch holen unbedingt. Ups. Ups, Allah. Ok, weiße Spitze haben wir schon mal. Rosarbarben und der Stoff haben wir auch. Ok. Meißen Knopf haben wir auch. Scheiße. Scheiße. Egal, kämpfen wir immer noch ein bisschen, weil ich muss ja auch mein Level wieder zurückholen, was ich vorher jetzt wieder verloren hab, weil ich gestorben bin. Ich einfach echt mal gestorben. Ja, das kommt halt einfach davon, wenn man halt keine fucking Heilung ausrüstet. Jetzt müsste ich aber gleich ein Level hochkommen. Kann ja das einfach abwehren, die Tricks auch. Egal. Diesmal sieht's besser aus als vorher. Ah, Schwertwurf ist fertig. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Kann mich da jetzt nicht mehr raus. Man. Also nach dem Part werde ich trainieren erstmal. Dass ich mir so eine Scheiße nicht nochmal geben muss. Egal. Jetzt kacke ich mir erstmal auf den, auf die Gegner. Sonst haben wir nur die Sachen. Geile Kamera. Ohne Witz. Okay. Luftpost. Nein. Don't touch me. Mir fehlt noch eine Sache. Und die hole ich mir jetzt auch. Dann mache ich das scheiß Lucifer kaputt. Und dann war's das. Sonst ist hier nix, gell. Außer wahrscheinlich Gegner. Uhuhuhu. Big Shock. Ah, Aqua, bitte. Tu mir einen Gefallen. Gib mir die Kraft für Blitzerer und so weiter. Dass ich die schnell kaputt machen kann. Danke. Wieso habe ich das vorher nicht eingesetzt? Fällt mir gerade ein. Wieso habe ich nicht Aqua gerufen? Mache mich manchmal so zum Achten. Das ist furchtbar. Vielleicht brauche ich einfach mal eine Pause von Kingdom Hearts. Vielleicht mache ich danach einfach mal ein bisschen wieder One Piece oder so. Vielleicht bin ich leicht erschöpft schon von so viel Kingdom Hearts. Naja, auf jeden Fall sind wir wieder Level hoch. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt spring doch einfach drauf. Okay. Weiß jetzt zwar nicht, was das bringen sollte, aber hey, ist okay. Ah. Okay, geblickt. Ah, geil. Magie Deflektor. Deflektor. Was ist so? Was bringt das? Mach mich nicht wahnsinnig, du Scheißteil. Wie bescheuert. Ich könnte zwar jetzt einen Sticker holen durch Sturmlauf, aber... Nee. Kein Bock. Geht es da oben noch hin? Ja, scheint so. Scheint so. Okay, das bringt aber nichts für. So weit hoch kommen wir jetzt auch wieder nicht. Nee, ich gehe jetzt erstmal oben durch, bevor ich nach unten gehe. Aber runterfahren kann ich jederzeit. Ja. 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 Was dumm mir bringt. Außer um Gegner leichter kaputt zu machen. Warte mal. Warte mal. Warte. 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 Das geht echt jetzt. Ey, scheiße. Das hätte ich dann vorher bei den normalen Gegner machen können. Wie hässlich. Wie hässlich. Mann, ich hätte mir das Sterben sparen können. Wie doof. Wie doof. Was ist das? Ankleidzimmer. Hm. Oh, das war zu weit. Das war zu weit. Das war zu weit. Verdammt. Da geht es wieder zurück. Mir fehlt aber noch eine Sache. Scheiße. Ich will mindestens mit diesem Kackland hier jetzt noch fertig werden, bevor ich den Part wende. So. Aber jetzt gibt es Rache. Okay. Wenn ich die alle mit diesem Scheiß Ball kaputt machen kann, dann mache ich sie alle jetzt damit kaputt. Kommt. Ja. Kommt ihr. Pisser. Na. Wo seid ihr? Ja. Kommt. Ja. Kommt. Na. Da. Schaut ihr. Na. Na. Aber es gibt keinen Expert. Fällt mir gerade auf. Oh. Muss ich es so kaputt machen. Wie öde. Wie öde ist das denn, Leute? Nicht echt jetzt. Es ist total öde. Oh. Ohne Tasse. What the? Was war das gerade für ein Fehler? Da ist nix, ja. Okay. Darauf geschossen. Ui. What the? Also manchmal habe ich und die Kamera uns nicht so arg liebt, ne? Okay. So. Brennt ihr. Ficker. Brennt. Brennt einfach. So. Schwertwurf noch. Nein, 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 nein. Aufpasse. Sonst lege ich hier runter. Machen Abgang, du Fetti. Oh, Rewa. Sonst haue ich dir die Fresse vor. Feuer, Brunnen. Burn. Motherfucker. Burn. Ja, geht doch. Und Stufe 4. Also hier werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen trainieren später. Upsala. Aha. Hat jetzt nur der Zwerger bekommen. Egal. Ankleidzimmer. Aha. Okay. Aber hier ist doch nix. Ah, doch. Das doch. Wir haben jetzt alle Teile, gell? Das heißt, ich kämpfe jetzt gegen Lucifer. Gegen ne Fotze. Ne richtige Pussi. Ist doch jetzt der Verarsch. Jetzt darf ich nochmal da hinlatschen. Ne, oder? Ach, fick dich doch einfach. Du Notte. Ähm, ja. Egal. Kommando Dex. Fick dich. Fick dich. So, was haben wir jetzt noch zum Eleven? Gift. Äh, Wicht. Eis. Ist zwar jetzt nur Magie und das will ich aber nämlich gar nicht. Was? Dann kommt Schwertwurf raus. Toll. Kommt auch Schwertwurf raus. Ah, da kommt was Neues raus. Okay. Hm. Leichtkristall. Rachewurf. Na, super. Ahura. Sonst kann ich nichts mehr machen, hä? Okay, ne. Dann machen wir eine Sache auf jeden Fall weg. Machen wir Gift weg. Gegen Aurora. Dann Rachewurf mache ich gegen den Rachewurf weg. Wegen Erhellung. Und ja, drauf geschissen. Wir machen weiter. Achso, scheiße. Ich wollte mir vielleicht noch was kaufen. Vita? Vita gibt's. Ich brächte Vita. Deswegen muss ich auf jeden Fall Vita doch ausrüsten noch. Und dafür machen wir einfach mal Wicht weg. So. Bye. Die blöde Fatze wird mich bestimmt sonst töten. Der scheiß Kater. Kommt der eigentlich gleich sofort, wenn ich da jetzt hingehe? Ich hoffe doch. Äh, Kamera. Na, super. Naja, mindestens ist der Fettsack nicht so wie der herzlose Fettsack, wo ich ihn nur von hinten nur auf den Kopf verletzen kann. Weil das war wie nervtötender. So, jetzt it, komm. Komm, Bussi, Bussi, Bussi. Komm. Zuck out. Bussi! Bussi! Flurry, flurry, Bambang! Ah! Oh, das tut. Ja, Zeit zum Spielen, Kätzchen. Jetzt gibt es eigentlich mal eine Respektschelle, was dir die anderen, dein Herrchen nicht so tut, hä? Du verwöhnte, fette Katze. So, vertreibe Lucifer, weiche seinen Hechtangriffen aus und springe auf seinen Rücken. Okay, okidoki. Guck mal, wie viel Schaden macht Magie so. What the fuck, wo ist der? Oh. Au. Du behinderte Fotze. Hier, verbrennt. Scheiß, Katze. Aua. Kommt da kein Situationskommando oder so? Oder wie soll ich auf den Rücken springen? Wie soll ich denn sonst auf den Rücken springen? Oh, dumme Katze. Ja, egal. Natürlich hat er mir beim stärksten Zauber wieder unterbrochen, die Trickser. Komm. Ach, Feuerbrunst, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Ah, jetzt. Toll, ich kann auch in der Zeit, ganze Zeit gar nichts machen. Ah, ok. Wieso ist aber jetzt Feuerbrunst weggegangen? So eine Scheiße. Na, egal. Komm, du behinderte Katze. Verreck. Das müsste eigentlich reichen, oder? Wie? Der hat das überlebt. Hier. Diamantenstau belehrt. Dumme Katze. Alter, die sieht bekifft aus. Oh, Rasa, big, thank you. No, thanks needed. You saved me before, so I saved you. That's what friends do, right? Now, let's get that dress finished. Oh, well, what's a royal ball? After all, I suppose it would be frightfully dull and boring and completely, completely wonderful. Oh, well, what's a royal ball? Is that my dress? Yes. It's a present from us. Now you have a dress for the ball. Heh. Why, it's... It's such a surprise. Flurry, flurry! Time to go, Flinderelli! Oh, thank you. Chak, chak, hope a Flinderelli to reen come true. What's a vent then to me? Huh? I wonder. Being a Keyblade Master is all I've dreamed about. Well, you're not the only one. I know. You, me, and Ben all share the same dream. Funny. I'd never really thought about it. At least until you asked me. My dream is to become a Keyblade Master. Hope a vent then dream come true, too. I just need to keep on believing. Right? Soak, soak. Hehehe. Dimensionsling zur Cinderella. Wow, Schlüsselschwert. Ermögliche ich kritischen Treffer häufiger. Punkt Mitternacht. So, das war das Cinderella-Land. Und auch mein längerer Part. Wie gesagt, der andere war unfreiwillig so kurz. Aber scheiß drauf. Palastat Räume spielen. Jo. Dann beende ich den Part jetzt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal beim verwunschenen Reich im Malefiz-Scheiß-Dreck-Land. Blablabla. Gain de bocke. Ich hasse diese Länder einfach nur. Egal. Letztes. Und dann geht's, denke ich, mal wieder weiter. Ja. Ciao, Leute.